Wie verbindet man hochmoderne Technik mit innovativer Instandhaltung? Unser Depot ist komplett paperless. Die gesamte Auftragsbearbeitung unserer Züge geht vollkommen digital, prozessgesteuert und somit nicht mehr anfällig für Fehler. Das heißt, die Instandhalter bekommen alle Arbeitsaufträge direkt auf ihre iPads überspielt und können so zielgerichtet nach neuesten, ich sag mal, Lean-Erkenntnissen, die man hat, die Aufträge abarbeiten. Um so viele Daten wie möglich zu generieren, um auch im späteren Verlauf nicht nur zustandsbasierte Wartung, sondern auch eine wirklich permanent überwachte Instandhaltung umstellen zu können, setzen wir da unsere Automatic Vehicle Inspection, sprich AVI ein, um diese Daten zu verarbeiten. Raylegent ist das System der Siemens Mobility, wo von allen Serviceprojekten und Zügen, die daran angeschlossen sind, alle Daten einfließen, um so Instandhaltungsintervalle vorzukasten, zu sehen, wann ist eine Komponente wirklich so weit, dass sie einer Instandhaltungsstufe bedarf, was viel Effizienz natürlich bringt und wir jederzeit auch in der Lage sind, ein Fahrzeug online zu monitoren.